Moin moin, da bin ich wieder bei Yadukun 2, es wird auch mal wieder Zeit, den kleinen Schnitt habe ich schnell beenden können, ich hoffe, das kriege ich alles noch so gewagge, wie es sein muss, und ja, es wird nicht lange rumgeschnackt, es soll weitergehen bei Yadukun. Ich möchte mich jetzt in diesem Part einmal wieder, da ich ja jetzt unsere Standardmonster fast schon komplett dabei habe, möchte ich mich wieder einmal um das etwas anstehende Training bemühen, ich gehe direkt in Waterplace rein, ja, am Anfang muss es jetzt leider, steht mal wieder so eine kleine Runde Training an, wo ich mal sagen muss, jetzt werden mal ein, zwei Level gefarmt, gegen ein paar Gegner hier, oh, hallo, oh nein, der kommt auf mich zu, oh, Idiot, du gehörst mir, ich habe die Initiative, das bringt mir nicht wirklich viel, aber naja, immerhin hier, oh, er entwickelt sich, bringt mir doch viel, yeah, Twinkle, er ist sterb geworden, und das konnte man sehen, durch den, durch die Zunahme gerade am Balken, dass wir was erkannt haben, gut, dann haben wir uns durch, du darfst auch nochmal, er macht Seelahm, dann bist du perfekt, er hat seinen Status, ich meine, was für ein Status, da kam nichts, wir haben kein Damage gemacht, zack, und jetzt können wir angreifen mit den beiden, wo auf jeden Fall Tiki Dreck nicht setzen muss, damit der möglichst schnell sein Level abbekommt, und ich ihn, ja, der braucht ja nicht mal ein Level ab, der braucht ja schon mehrere, damit ich ihn merchen kann, damit ich möglichst schnell einen besseren Dreck bekomme, weil ich ihm, ihm kann ich diesen Agnes, Agnes Agnia beibringen, das ist Wunderbärchen, 105 ist gut, das ist ordentlich, der hat ja noch kein Level ab sonst, die Dreck sind auch ein bisschen schneller, oder schneller zu farmen, als die anderen, als die Ogre zum Beispiel, die brauchen ein bisschen länger, gegenständig natürlich wieder alle mit, das ist selbstverständlich, der Idiot dreht wieder um, das ist natürlich perfekt für meine Pläne, Ja, diese Runde steht mal wieder im Zeichen, oder diese Aufnahme, Session, mal wieder im Zeichen des Trainings, es bleibt ja auch nicht viel anderes übrig, bei Jadigum gerade im Moment, erst mal das Training, das Training, das Training, und wenn wir das mal beendet haben, dann kann man sich auch auf andere Sachen konzentrieren, zumal ich das gemacht habe, was ich ja sonst eigentlich wirklich nie mache, ich habe ja im Trainingsprozess meine zwei Main-Monster rausgeprügelt, Luch und, oh, entwickelt sich jemand, schön, Luch und Tamatov habe ich ja wirklich jetzt rausgenommen, was ich eigentlich nie machen würde, das würde ich nicht machen, nein, weil auf jeden Fall einer davon immer dabei sein muss, weil der stärker ist, und ich den deswegen besser trainieren kann, ich habe das jetzt nur gemacht, damit ich die anderen hier schneller hochgepusht kriege, beziehungsweise mehrere in dem Moment hochpushen kann, sonst würde ich das nie machen, jetzt penne doch nicht da im Weg hier dann komm, sonst hätte ich zumindest, sagen wir mal, Tamatov dabei behalten, wo ich nur in dem Moment Tiki gerecht trainiert, aber, wenn mein Biest-Emulett noch nicht so stark ist, und auch meine anderen Monster nicht, die über die Stärke verfügen, die ich brauche, muss das halt so gehen, wie die ist, zu, ich schuhe das an, meine normalen Attacke kommt jetzt nämlich da erstmal gar nicht durch, das bringt ihm nicht viel, und ich hoffe, dass ich möglichst fix diese beiden Drachen hier mindestens noch, ja, obwohl hier, äh, Don Dracic, der ist ja jetzt schon einmal gemerged worden, hat er jetzt schon eine gute Fähigkeit bekommen, mir geht es darum, dass ich möglichst schnell mein Tiki-Drech hochpusche, oh, ein Ei, cool, es gibt Erfahrung hier, und das Ei kann man gut noch anderwaltig verwenden, aber ich bin sogar zu dritt hier, ja, mir ist es, wie gesagt, wichtig, dass ich die jetzt hochkriege, besonders Tiki-gerecht, mitten es einmal merge, wenn ich den einmal gemerged habe, dann kann ich mich auch, äh, höhere Gefilde, beziehungsweise mal wieder zu den Bossen, der anderen drei Wälder vorwagen, weil ich brauche wirklich diese, äh, diese D-Techniken Minimum, weil sonst hat das Ganze überhaupt gar keine Sinn mehr. So, die Haie fallen mit ihrer C-Fähigkeit, und ja, dann greifen wir an. So, das waren jetzt schon vier E-Attacken, bei den Lux wären es wahrscheinlich zwei bei drei gewesen, die durchgereicht hätten, die Barriere einzureißen. Aber gut, dann wollen wir mal schauen. Besonders die Technik Agni, die muss verbessert werden, das ist ganz klar. Burnshot ist schon mal eine super D-Fähigkeit. Das ist die fünfte Attacke, das ist die sechste Attacke, und das Ding steht immer noch. So, dann kommen wir jetzt, prügelst mal weg. Es ist zu schwach, ich weiß, ich muss nicht merge, und so hat das keinen Sinn. uh, er heilt sich. Na komm jetzt hier. Komm jetzt, und dann schaut ab. Jawoll, eins ab. Da, 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 da. Ich gehe auch nochmal alles ab hier. Vielleicht gibt es irgendwo noch was Schönes. Tag, ach du, guck mal einer an. Das ist natürlich perfekt. Jetzt noch ein Karma hinterher. Super. Gefällt mir. So, was wirst du denn? Könntest du den Fisch werden, oder? Ach, zu Nukyu. Ah, okay. Ja, die C-Attacke, genau. Walia. Alles klar. Finde ich gut. Walia ist, boah, keine Überattacke, aber kann man mal nehmen. Aber mir dient es wirklich dazu, Reputation zu bekommen und dann hat sich der ganze Kahn. So, meine Lieben. Drauf da. Ah, flupp. Burnshot zieht jetzt so am wenigstens mal ein bisschen mehr ab. Das ist ja schon mal was. Und das nächste, ähm, der nächste Diener, sag ich mal, das nächste Monster, was wir da in unser Team mit aufnehmen, habe ich auch schon festgelegt, habe ich euch ja schon gesagt. Das wird da, der Diener Heluch sein. Von Heluch versprechen wir echt viel. Und werdet auch sehen, warum ich das tue. Schön, da ist hier 14 drin. Wunderbar. Ah, bis auf Twingo haben sie alle erst mal ein Level abgekriegt. Nu-Q haben wir gekriegt, gibt Reputation und ein bisschen Geld. Läuft. Dat löpt, dat löpt. Oh, da kommt einer. Da kommt noch so Nu-Q. Und will mich betteln. Na, dann soll er das bekommen. Schaut, boah, das wird er. Oh, wir können direkt beangreifen. Das geht mir im ersten Moment nur um Tiki direkt, dass der ein Level erreicht. Der braucht ja nur noch eins, dann kann ich mich endlich merchen. Gott sei Dank. Und dann geht der eigentliche Späßkin los. Ja, ja, komm. Kriegen wir hin. 100. Können wir noch in die zweite Ebene. Und da noch ein paar Gegner. Man sollte sich das erledigt haben. Bei Wasser kannst du dich wirklich so durchlaufen teilweise. Weil die Gegner keine Angriffsstärke haben. Die heilen sich teilweise nur. Das macht echt nichts. Hearthstone. Ach, guten Tag. Aber was findet ihr denn jetzt? Ist mir jetzt die letzte, nach der letzten Aufnahme-Session durch den Kopf gegangen? Wie findet, findet ihr das, das loyale Kukun, was ihr bisher gesehen habt, ist ein würdiger Nachfolger? Oder würdet ihr sagen, Nee, der Teil, der ist mir gar nicht. Der ist nix. Finde ich nicht gut. Der ist kein würdiger Nachfolger, den brauchen wir nicht sehen. Das ist ja immer so die Frage. Bei vielen ist der Nachfolger dieses Ding eingestürzt. Bei vielen ist dann so, also die Ansicht, man muss überhaupt kein guter neuer Teil, den kannst du echt eine Tonne kloppen, den brauchen wir nicht. Ich meiner Ansicht muss sagen, ich finde den Teil hier gar nicht schlecht. Gut, da kommt ein Jadokun 1 nicht dran. Das ist gar kein A-Level 15. Perfekt. Und warum habe ich in letzter Zeit solche Bildstörungen? Kann mir das mal erklären? Ich finde das nicht gut. Da muss ich echt mal dran gucken. Mit Bildstörungen finde ich die Aufnahme bescheiden. Dann werde ich hier gleich mal eben meinen Cut machen müssen bei dieser Aufnahme. Neuen Aufnahme-Session. Da haben wir jetzt 10 Minuten. Gut, dann wird ein etwas kürzerer Part wahrscheinlich. Dann, aber wenn da jetzt wirklich solche Aufnahme-Ruckler immer dabei sind, was ich nicht verstehe. Ich meine, die Kabel sitzen alle. Hast du nicht gesehen? Ja, schon wieder. Seht ihr das? Ich muss meine Aufnahme achten, ob man das sieht. Das geht nicht. Da habe ich auch meinen Stolz, sagen wir mal. Merge Beasts. Ich möchte gerne Tiki drehen mergen. Kann ich das? Mergen. Agni. Agni wird hier zu Agnis. Kostet mich 100. Komme ich genau da. Ja, kommt mergen. Ganz schnell auf die fixe Art. Ei ausbrüten. Und da haben wir ein Tiki drehen mit Agnes. Jawohl. Nicht mit Agne. Nein, nein. Agne hat aber ein Tiki drehen nicht. Hahaha. Oh Gott. Danke. Und da muss ich jetzt... Das ist die letzte Aufnahmesession hat auch schon damit angefangen. Beziehungsweise endete damit, dass ich Probleme hatte bei der Aufnahme. Was ist denn da los? Geht's jetzt wieder? Nein. Ich muss jetzt mal eben nachgucken. Okay, Leute. Einen Moment. Ich werde mal eben kurz... Naja, komm, mach hier. Ich werde mal eben kurz die Aufnahme checken, um rauszukriegen, was das mit diesen Schleiern auf sich hat. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.